Die Robert-Schumann-Philharmonie präsentiert das Klangerlebnis für die ganze Familie. Mit dem neuen Familienkonzert startet wieder eine Reise durch die unendlichen Dimensionen des Orchesterklangs. Sichere dir jetzt dein Ticket und sei live dabei. Endlich, es gibt wieder ein Konzert in Chemnitz. Da muss ich hin. Ob ich noch eine Karte bekomme? Zum Dump 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 Vielen Dank.